Weihnachtsbaumersuche 2022. Flav, was suchen wir? Einen Weihnachtsbaum. Ich muss einen füllen. Also, suchen wir mal einen. Da oben gehen wir suchen. Wieso dieser Baum ist geworden? Ähm, weil schöne, viele dicke Äste. Das ist ein schöner. Nicht so lange ist, aber das ist ziemlich wichtig. Ja. Halt. Hallo. 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 Ja, 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 ja. Es ist Weihnachten. Ja, 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 ja. Hallo. 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 Wahnsinnig. Wahnsinnig. Mit Frischkäse und Spick. Und dann hat es etwas Sauce, Basilikumöl und Ofentomaten. Wir wünschen euch schöne Festtage und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.